Wir wissen, wir haben eine gute Mannschaft. Wenn wir alle Ziemenspieler in Paris nehmen, können wir die Besten schlagen. Wir wollen gewinnen. Man wird auf jeden Fall alles geben, krampfen und machen. Und am Schluss haben wir natürlich super Resultate. Ich glaube, es ist alles drin. Jedes Spiel beginnt bei 0-0 an. Und unser Ziel wird sein, dass wir jedes Spiel, das wir anfangen, das auch gewinnen. Das ist schön. Danke. Bis zum nächsten Mal.